Oh, tut mir leid, ich habe vergessen YouTube anzuschalten. Ja, ich habe es aus Versehen vergessen, weil heute bin ich ein bisschen verpeilt. Oh, bin! Hi! Wow! 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 Irgendwas stimmt nicht, ich hänge gerade Kannst du mich hören, Lucky? Ich kann dich hören, Byrne Ich hänge gerade irgendwie fest Na, wie geht's dir, kleiner Fratz? Ganz gut, aber ich muss gerade mal gucken Weil ich habe ja jetzt gerade einen neuen Freund gekriegt Und es sind jetzt gerade 18 Personen online War vorhin Minecraft Aber... Nee... Dann rausgeschmissen worden Weil der Server komplett ausges... Wurde der ausgeschaltet? Äh, äh... Der war noch an tatsächlich Aber meine Verbindung konnte nicht mehr hergestellt werden Du wurdest also gekickt Keine Ahnung Bist du von den kleinen Server von mir auch schon mal gekickt worden? Oder bist du da gar nicht gekickt worden? Weiß ich gar nicht Aber weißt du Im Moment muss ich wieder meine ganzen Einlogdaten eingeben Weil bei mir im Moment hier Minecraft im Moment ein bisschen Nichts Buckt rum, spinnt rum Hm, fängt an Nicht nachmachen Geil Weißt du, wo das mal lief? Ja, das ist... Das lief mal auf... Zum Fernsehen Weil... Äh... Ja, stimmt ZD... Oh! Weißt du, was ich mache? Dann wenn ich meinen Geburtstag in Mai Feier Oder nach Feier Ich mach ne... Ne Party im VR Chat Aber nicht in dieser... Riesigen Party Welt Nein Ich mag die nicht In der kleinen Welt Da wo... Diese rote Disco Welt Die Wolks auch kennt Hm Von Amy Nadje Oh! Falk! Bimmst du wieder nur auf Drobo? Oder? Beides, weil... Oder YouTube. Ja, auf beides. Deswegen habe ich die Kamera ja auch hier. Zu mir gerichtet. Ich hatte mal Bock dazu. Ich konnte dir auch mal Falken anladen. Glaube ich dir. Falken kennst du ja nicht, den Streamer auf Twitch. Oder vielleicht doch. Nee. Das ist aber ein amerikanischer, ne? Gekko ist ja ein Brite. Gekko MC? Der ist ein Brite. Der kommt aus England. Gekko kommt Tatsache aus England. Mhm. Das hört man ja auch an seinem Akzent. Mhm. Vielleicht lade ich einen Pole hierher ein. Vielleicht. Oh Gott. Nee. Der kann aber Englisch. Polnisch kann ich nicht. Der kann aber auch Englisch. Hm? Und weißt du, wie ich es heute genannt habe? Genannt habe? Hallo, hallo. Ist hier irgendjemand? Oder ist hier keiner? So habe ich es heute genannt. Heute. Aus Spaß. Was? Hm. Leck mich. Ach, Mann. Leck mich. Leck mich am Arsch. Ich kann ja mal Monster. Juli und Chatliner einladen. Das sind beides Deutsche. Ich kann chinesisch. Ich hör gar nicht. Das geht mich am Arsch. Ich muss ja mal mit southeast recht. Ich soll das nicht wissen. Ich will das nicht wissen. Ich weiß nicht, dass das nicht warm ist. Ich weiß nicht. Ich kann ja mal mit unserer Reinsen. Ich muss ja mal mit unserer Reinsen stecken. eingeladen und ein gewinnen ja ja ich wurde gerade auch eingeladen hier noch mal kurz so mal kurz kaufsauer modus rein in dc da sonst verstehe ich gar nicht wo ist denn da wo ist denn jetzt ein stück da ich hier nichts zu ändern das wäre lieb nachmachen das ist geil das ist echt der hammer ich mache alles nach und weißt du die öffentlich rechtlich so eine scheiße meinte nicht nach die haben die sehr die serie kommt von den öffentlich rechtlichen das mit nicht nachmachen aber leider produzieren die das nicht mehr schande sie haben sich ja nicht mehr das irgendwie keine ahnung könnte vielleicht auch sein dass es zu teuer geworden ist weil die haben da ein ganzes haus die nehmen abrissbare häuser oder haben die schon mal fast ein komplettes haus geschrottet was abrissreif ist haben den komplettes haus geschrottet oder ist das einfach halt so haben wir so wie soll ich sagen dekoriert ist ein abrisshaus das haus haben ich kann euch sagen das video ist vor neun jahren passiert wann wurde das erste mal rauskommt welche mir keine ahnung warte mal ich öffne mal bei mir mal ich gehe mal kurz bei mir rein in browser öffne mal google das ist so leise nicht nachmachen zdf gemäß wikipedia nicht nachmachen ist eine satirische wissenschafts show die am 29 juni 2012 erstmals im zdf ausgestrahlt wurde die folgen wurden auf zdf neo in anders geschnittenen fassungen wiederholt das ist eine serie eine satirische wissenschafts show ist eine serie satirische wissenschafts show und die wurde hier steht drauf die im jahr 29 juni 2012 erstmals auf zdf ausgestrahlt wurde die folgen wurden auf zdf neo in anderen ich wusste das gemäß geschnittenen fassungen wiederholt und so weiter ich wusste dass ich die das ich wusste die dass ich dir irgendwer erkenne deswegen hat mir und berhard hohnecker aber ich hab die wohl ich hab die ich hab die mal einmal gesehen auf zwei der hd halt wir mal eine wir hatten aus dem kanal hat nur hat er auf jeden fall jeder aber wir hatten ja ich hab die mal gesehen weil ich auf nikola die immer früher gehen wollte ich war noch klein und dann habe ich mal gesehen ja deswegen kommt deswegen kommt er auch mit der mann mir so gut bekannt vor der hier ja der glatte monst bernhard bernhard hohecker weißt du was die machen das können doch nachmachen das machen ja das ist nicht schlimm das ist nicht schlimm das darf jedes kind machen ja okay das ist doch ein bisschen weil du musst dir denken der eine bremst und du fliegst hinten auf die hinten runter vom auto und die machen deswegen machen wir so langsam ja alter weiter was machst du ich habe einmal einmal 1 gesehen weil ich wusste nicht was ja ich habe die logik nicht verstanden 2012 habe ich nicht die logik verstanden da war ich auch klar jetzt sind zwei rexoriums einmal ein blauer und einmal ein rotweißer warte ist nicht orange nein rot und wie gott boning die hat schon mal bei den doofen ein titel gemacht weißt du wen bei den doofen nimm mich jetzt auch wenn ich stinke denn sonst sage ich winke winke und goodbye denn an der nächsten lampe wartet wieder nächste schlampe lampe ist die nächste schlampe für mich frei sagt ihr wollen charakter gar nichts aus das sind keine termiten das ist glaube ich sprengstoff termiten heißt ich habe gedacht der miet für die abgeführungswege ja genau ein paar sicherheitsmaßnahmen nur eine glas scheibe oder so die nicht kaputt geht hier ne und die männer werden da jetzt eingeschlossen und dann sprengt sie sich selber ja die jagen sich jetzt in die lagen dass sie nie läuft ich würde anderen leuten jetzt die schnauze ablenken die budding die budding die blöde vorsicht und rechtnahs vielleicht kommt sein worte und baa baa das ist ja recht das ist ja nich ob also ich hab auch schon mal gemacht auf jeden fall jaja so ne schwester einfach feuerwerk junger Du gehst, guck mal, du holst so einen Termin, gehst nach draußen, suchst eine Steckdose, machst deine Mikrowelle an und packst sie da rein. So, und dann machst du ihn an und dann Pullenböller auf einmal oder so, keine Ahnung. Weißt du, was die schon mal gemacht haben? Pullenböller sind die Besten. Besonders die Action oder Attention oder Achtung. Die Achtung, die sind die Besten. Tja, ich hab so verbotene Böller in der Küche. Unbedingt nachmachen, meine Damen und Herren. Unbedingt nachmachen, unbedingt nachmachen. Er hat selber gesagt, ich mach's nach. Ach komm, ich geh in die Küche, ne? Okay, in die Küche, bis gleich. Wenn ich verbrenne, ist es nicht meine Küche. Ist eure, äh, ist seine. Die Serie kannst du dir sogar, du kannst dir auch über Google auf YouTube kaufen, kannst du dir die sogar über Google Play. Ich kann's nicht machen sollen, weil es einfach zu gefährlich ist. Die Serie kann man sich Tatsache kaufen, bei YouTube vormachen. Was die Leute nicht nachmachen. Oh mein Gott. Warum kaufen? Die beiden haben sich auch tatsächlich Kopfhörer-Modus reingesetzt. Tja. Aber, aber, die haben sich auf jeden Fall sehr viel Mühe reingeheben, würde ich sagen. Weil das hat bestimmt sehr viel gekostet, sowas zu holen. Ja, zwei Freunde. Dafür mussten sogar, für dieses, für diese Sendung mussten deine Eltern bezahlen. Rundfunkgebühren. Tja. Die Serie wurde von den Rundfunkgebühren finanziert. Das sind ja, glaube ich, 400 Liter. Ja, genau. Insgesamt. Und, äh... Warum? Die Serie kommt von ZDF, von den Öffentlich-Rechtlichen. Das haben die Öffentlich-Rechtlichen finanziert. Weil die Öffentlich-Rechtlichen sind doch diese, äh... ARD, ZDF... Aber, ich hatte den mal, ich hab das vergessen, was ich sagen wollte. 2DF ist doch von diesen allen, äh... Was ist es sogar von den Öffentlich-Rechtlichen, oder so? Ja, ist ein Öffentlich-Rechtlichen. die haben doch irgendwie oder so bezahlt oder das haben die durch die sogenannten rundfunkgebühren die deine eltern bezahlen müssen finanziert weil die rundfunkgebühren sind für die junge wie das aussieht das sind zu große hände das sind zu groß ne das sind ok die gehen die gehen noch einigermaßen tatsächlich hast du auch bei dir das halten auch nicht aktiviert wo ist jetzt die andere katze die ich mal hatte wo ist die katze scheiße dies weg auf jeden Fall das ist doch ein 1 das ist ja olympische Antwort ist überhaupt kein Problem hier ich krieg gleich demnächst ein NSP Otter mein NSP Otter ein Fremdisch in deren eigenen NSP was soll ich denn hier anmachen was hast du denn hier angemacht ach die Katze ich bin anfänger Items wie hast du das angemacht mit der Katze ich habe die das Licht erfunden die Glühwirne und bei der Katze kannst du sogar sehen wenn die traurig ist hier bei der Katze hier weg mit der Bombe weg weg mit der Bombe hallo es funktioniert und wir müssen nur noch an kleinen Stellschrauben drehen Profianlagen mögen ihre Vorteile haben aber auf jeden Fall hieran sehr gut wenn das Eiswehre taucht ist ist der Boden mal richtig sauber durch die Beseneinsätze so und jetzt das Eiswehre das ist jetzt kein Ferry aber der hat einen coolen Spruch was hast du denn angemacht bei der Katze wir alle Crasher können mich mal am lecken das hat mehrere Vorteile das ist nämlich die Säule wach ein klar alle Crasher können mich mal am Kien ist lecken das ist ja ich weiß nicht wie er heißt aber ich komme ich habe 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 Man mag es nicht mehr, ja. Es ist ein sehr nett. Jetzt komm mal genau hin, hör mal die Augen an. Jetzt müssen wir die Augen genauer gucken. Hier ist es. Hier ist es. Was hast du bei der Kratzer angemacht? Penis. Äh. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Sag jetzt. Hallo. Ich habe dieses Boop on und Paten aktiviert. Und hier. Wo ist denn dein Kratzer? Wo hast du das gemacht? Wir haben noch von einem Kratzer. Also, wir haben noch von einem Kratzer. Ich hab' ganz klein, den kleinsten Avatar, den es gibt. In ganz wie Arscheth. Der kleinste, kleinste Avatar? Warte, ich kann den Hund sagen. Guck mal, wo ich stecke. Und zwar. Du bist da ganz unten. Und weißt du, wie klein die Hitbox ist? die ist so groß wie in den Wiener in der Ruhe und das hat Runde Tablette du kannst auch die Tabletten sehen die rund sind Reis die Klappe das gleiche Reis das Reis der Reiz zum Reiskorn der Zartung so was das ist aber auch so gemacht mit dem Streit im Leben in der Strecke Warte? Penis! Dann muss ich... Genau, Penis! Äh... Oh, los, nein. Mein Klaas... Oh, lecker! Oh, echt die Gaswurst! Sonic & Tails! Best Freunde! Das wird doch in Deutschland auch gar nicht mehr gefördert. Ich glaube, im Fracking-Zeitalter ist das Tee, so ist zeitgemäß. Ich muss sagen, ich hab ne Menge Kohle. Ja. Kohle, verstehst du? Äh... Super! Alter, was war das gerade? Du hast einen 104 Megabyte, Avatar. Du hast einen 104 Megabyte, Avatar. Ohhhh... Let's go! Oh ne... Ausmachen! Installieren sie doch! Machst du Rohblocks, ne? Machst du Rohblocks, ne? Nicht so. Oh, ich spiel's. Ich spiel's. Ich spiel's auf Rohblocks. Ich spiel's. Ohhhh... Mein Wier, mein Wier, mein Wier. Jaaa... Es spiel's auf! Jaaa... Von der Feuerwehr, die Löschgruppe... Warum? Von... Warum wird das nicht? Beinahe gecrashed, ne? Ein bisschen übel. Beinahe schön gecrashed, ne? Ja, genau. Was? Ich bin beinahe gecrashed. ein... ich bin, hike, da? Das ist ja geht, ne? Ohhhh... Jetzt geht's bei mir los. Ich bin ein schlimmster Altraum. Im Kind zuerst von euch beiden. Ich hab'n viel Größchen, aber was heißt du? Der ist 149 Megabyte, also meiner ist größer. Alter, der ist doch krass. Was macht der denn da? Der entrickt doch. Der ganze Druck fällt gleich auseinander. Das Ding plotzt da heute. Das Ding plotzt, der ist doch krass. Denkst du? Nein, du bist eine Verlust. Was hören wir? Oh, ha! Nanu! Bennat! Mensch, dich hab ich ja völlig vergessen! Funktioniert doch 1A, oder? Perfekt! Ja, ist besser! Was ist das? Ihr werdet aufpassen da oben, ne? Ja, puh! Du darfst dich jetzt nur nicht bewegen! Da möchte man sich einfach nur noch der Relaxation widmen... Ja, ich weiß, wegen von mir gesundheitlichen Gründe. Ich weiß Bescheid. Ja... Dass es wirklich nicht zu schlimm wird, ne? Oder hype mich mal einfach mit dem Avatar, hype mich mal! Du kannst mich dann ja jederzeit wieder enthalten dann, wenn ich dir sag... Also dann sag ich dir auch Bescheid. Weil dann ist das nicht ganz so schlimm. Ähm, ist sie jetzt auf K? Ja. Oder was ist los? Hallo! Ich hab mich nur aufgestellt! Ja. Nein, nein. Bitte auch schon. Guck mal mein Navi an! Guck mal mein Navi an! Oh, warte mal! Da ist jemand reingekommen! Name ist Sweety! Sweetywetywetywety Oh mein Gott, ey Mach mal Ich stell dich immer nochmal dahin Ich mach ein Foto Ja genau Das wollt ich grade machen Aber gingllllllll Anscheinend nicht Warte Warte So kann ich unmöglich Du musst dich eben hinstellen Oh mein Gott, man ist ja hier richtig im Wasser Nee warte mal Was ist das hier? Hallo! Sweetie! Ich mach mich mal kleiner! Nein! Was ich mache! Ja, das kann ich nicht! Oh, jetzt wird's geil! Achtung! Oh, der sieht ja schön aus! Warte, ich kann... Bleib mal so... Was machst du? Das will ich gar nicht! Hey, kennst du das nicht? Ja, ich kann's, aber da wird mir schwindelig! Ja, das meine ich! Du musst aufpassen, ne? Was du denn auch aus Paxen machst, ne? Ich bin auch beinahe gecrashed, ne? Warte, warte, warte! Ich muss so machen... Warte, äh... Ich brauche das... Ach, das ist scheiße! Oh, Sweetie! Hat einer bei euch... Hat einer bei euch schonmal gekotzt bei einem Avatar? Oh, ho, ho, ho! Nee! Ha, gut, danke! Ah, nein! Oh! Warte mal, wo ist die Kamera? Ja, leck! Die ist da! Ah, jetzt geht's wieder! Warum leck? Hier ist die Kamera! Meine Kamera ist da! Können wir auch ein Foto machen? Das war wegen deinem Abi, aber ist ja alles gut! Können wir auch ein Foto machen? Einen? Ja, da musst du schon wieder neu laden! Ja, da musst du schon wieder neu laden! Ja gut, okay, klar! Ich muss Lucky erstmal wieder laden! Wir könnten ja alle zusammen... Wir könnten ja alle zusammen ein Foto machen, wenn ihr wollt! Ja! Das ist ja mein roter Rex! Das ist mein roter Rex jetzt wieder! Okay, dann würde ich auch sagen, macht ne Position! Na? Dann mach ich auch ein, Voto! Das heißt, wir füllen gleich ab! Das geht in 5 Minuten los, ne? Wollt ihr auch beim Foto nochmal mitmachen? Ich bin wirklich gerade so gespannt auf meinen NSFW-Otto, ne? Der hat die gleichen Fangen wie mein Rex! Hallo! Wollt ihr auch beim Foto mitmachen? Wir machen jetzt ein Foto! Ja! Ja, heiter! Okay, in 5 Minuten geht's auf jeden Fall los! Ich mach jetzt nen Timer! Äh, für Fiat! Ich hab nen richtig guten zusammengebauten! Ah, warte! Du wolltest noch ein Foto machen! Ich hab noch was ganz vergessen! Ja, aber der von Wolf muss ja tatsächlich, dass der... untere Teil vom NSFW-Teil da unten verschwindet, dass man den einpacken kann! Ja, hab ich auch gemacht! Ja, aber ich hab nur auf NSFW-Otter gemacht werden! Bei mir muss das auch sein wie bei Gold, äh, dass man den unteren Teil beim Schritt, dass der unsichtbar dann wird, dass man das deaktivieren kann! Das muss bei mir auch dann, weil, dann kann ich den überall benutzen, und wenn ich das mal brauche, dann kann ich's auspacken und benutzen! Meinst du so ungefähr? Gut! Du lädst grade! Den baue ich grad für jemanden! Ich hab nämlich für Darkwing gefragt! Ich hab nämlich für Darkwing gefragt! Tony! Tony! Äh, das ist doch... Bist ihn schon? Kennst du typisch Tony? Habe ich ihn mal getroffen? Tony! Ohhhh! Ich glaub, ich hab ihn mal gesehen! Yeah! Ich zeig' dir gleich alles, was der hat! Ich zeig' dir gleich alles, was der hat! Er... Der Tannis! Ohhhh! Und... Das ist jetzt die SSG-Variante! Warte! 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 Die kannst du eins und anderen austackeln! Hast du das gesehen? Ne! Wenn ich dich haue, wird klappt? Ne! Du bist das ein bisschen! Ja! Weiß! Guck mal, ich weiß hier... Das hat er von Darkwing auch! Das hat er ausmachen! Hast hier nur am Tails Harnes zum Beispiel! Oder sagst du willst nur die Brust haben! Boah! Jetzt hat er ne glatze Warte! Kann er ne glatze machen! Boah! Nur die Beine! Boobies! 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 Ja, jetzt geht's langsam los! Das hat er noch hier! Das hab ich alles selbst gewartet! Genes! Genes! Wir weinen noch hier die Sachen! Wir sind Horn Tube! Na, ist hier noch ein Torfhundis! Keine Angst, YouTube! Wir unterstößen nicht gegen eure Richtlinien! Ihr seid wirklich echt totale Pussies! So, und jetzt zeig dir mal die NSFW-Variante davon! Was? Was hast du gerade gesagt? YouTube sind Pussies! Weil die immer alles blö... 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 Ohhhh! Ohhhh! Jo! Ist klaro! Jo! Ist klaro! Ist klaro! Ich glaub ich hab gerade wo ich hier hingekommen bin mein Zimmer hab ich meinen Arsch mal vergessen abzulösen! Wie? 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 Ich hab schon vorher angedrisch... Ich bin nicht so... Der kann auch pinkeln, wenn oben draufsteht... Zum Glück habe ich die Kamera oben. Die Kamera lasse ich jetzt oben. Das ist ja die Art, die ich auch da habe. Und da wird dann so aussehen wie mein Rex hier. Und du kannst doch mal hier am Maul hier. Achso, das sehe ich auch. Ja, hier dein Rücken zum Beispiel. Da ist alles rot mit dem Tape. Und dein Bauchbereich wird dann halt da weiß. Da hat den Kammt! Oh, der kommt, der kommt, der kommt. Hoffentlich kommt der hier rein. Hoffentlich kommt der rein. Ich möchte, dass er mich noch nicht mehr berät hat. Das ist ein Hardcore-NESF-Fehler. Mit dem kannst du sogar Full-Job machen. Wenn du Full-Body-Hacken mit dem Full-Job machen musst. Weißt du, was ich gerne mal für einen Club machen würde? Ach ja, das hört sich komisch an. Aber wenn du deine Hand... Das ist ein Club, das ist ein Club, wo man sogar mit einem was machen kann, auch wenn er es nicht will. Ach ja, da steckst du an weiter, dass ich es so war. Du kannst richtig einstecken. Oh, meine Zunge. Ach, ich meinte so eine Art Otter, ne? Ich meinte es wahrscheinlich. Oh, ich rede gerade mit den Falschen. Sorry, ich habe gerade Rex gesehen. Hi, hier sind überall nur Rexe. Warte mal, sind ihr seid jetzt alle Rexe? Ihr seid alle Rexen. Okay, hier seid alle Rexe. Warum sind ja alle Rexen? Ja, ein Sandgriff voller Rexe. Ich bin gleich ein Proto. Ich bin ein Proto. Hi, Proto. Aber warte mal ab. Der Darkwing hat tatsächlich gerade geantwortet. Ne. Boah. Hilfe. Alter, Darkwing. Ich bin nur noch Darkwing. Ich bin nur noch Darkwing. Eww. Aber schön. Eww. What the heck. Ey, die will ich nur noch Rexen. Den werde ich auch nehmen. Die will ich auch nehmen. Die will ich auch nehmen. Die will ich auch nehmen. Ich bin voll gelassen. Darkwing. Bin nicht mal rum. Ich bin schon zuerst. Ja, jetzt habe ich eine von dieser Art von Avatar. Ich habe ja nicht die Art von Avatar. Jetzt kann ich der Klon hier. Ah, warte doch. Doch, sieh auch mal. Warte, warte, warte. Oh, cool. Bitte, warte, warte, warte. Danke. Ich möchte auch erstmal den... Scheiße. Ich habe auf meinen Fernseher gehauen. Scheiße. Danke. Ja, dann raus machen wir da. Wie hieß so toll, was ist das denn hingekommen? Kann man den auf der Fernseher hauen? Kann ich nicht meinen, dass ich mein Weg. Wenn man nichts sieht. Ja, warum hat man den Fernseher in der Play Space? Ja, trotzdem habe ich den geschlagen. Echt? Oh mein Gott, ich will voll ausrasten. Ich will voll ausrasten. Oh, da ist überhaupt nichts passiert. Das war nur ein ganz ganzes Blub. Jetzt bin ich gleich wieder da. So jetzt. Ich will voll ausrasten. Ja, das war ja. So jetzt. Und das war ja auch schon. Ja, das war ja auch schon. Das war ja auch schon. Wir sind wirklich komplett verbuggt bei dir. Ich weiß, beim Stehen... Lucky, hast du den Stream von mir gekriegt, den ich dir gesagt hab? Ist auch trotzdem witzig. Du meinst da, wo wir uns erst getroffen haben? Ja, den hab ich dir gescheckt. Hab ich auch angeguckt gehabt. Hi. Du bist das heute. Das meine ich damit, dass es noch nicht richtig ist. Und da... Zwicky, da warst du... Ich mach lieber meine Kamera jetzt aus, weil sonst sieht das zu pornografisch für YouTube aus. Du hast YouTube... Oh Gott, das wusste ich gar nicht. Du hättest mir ja mal vorsagen können. Das ist doch egal. Ja... Nein, das ist nicht, weil ich das zu viel Zeit gerade gezeigt habe. Ja, voll, nicht auf mein... Otter. Ja, ich denk mal... Ja, ich denk mal... Ihr seid alle klein... Oh, nicht schlecht. Ich brauche einen kleinen Abbruch. Ich bin ja wieder armen. Ich bin ja wieder armen. Der ist... Der ist... Oh... Leute... Ich zeig's jetzt gerade erst. Guck mal, wer da hinten sitzt. Ich verspreche, das ist immer reingekommen. Ja, aber der sitzt da komplett schon wieder alleine. Mhm. Wer das gerade reingekommen hat sich da hinten hingesetzt. Ist das jetzt raus? Ja, der andere. Was? Ja, da müsste man mit dem fählen. Ja, Medi... Oder, keine Ahnung, wie der hieß Medi... Was ist denn mit euch hier mitkommen, Gott? Hallo, mein lieber Herr. Wie geht's? Oh Gott, Kissen. Decke, ey. Hä? Gott, warum ist das hier so eng? Guck mal, der ist nicht da alleine und wir... Ah! Der steht... Der ist schon die ganze Zeit hier. Wie lange ist er denn jetzt ungefähr schon hier? Oder so ein paar Sekunden. Ah, ich muss mal kurz die Tür öffnen. Auf die... Auf die... Auf die... Auf die... Genau, kann ich dir das sagen. Ist gut? Hallo? Und nun ist er hier. Ja? Und jetzt ist er hier. Ja? Und jetzt ist er... Es ist nur zwischen mir und dem Freund. Ich glaube, der will einfach keine Zeit mehr mehr verbringen. Mit wem? Mit wem? Marco. Ist er ein Arsch geworden? Ist er ein Arsch geworden? Ist er ein Arsch geworden? Hm? Dieser muss jetzt nicht vor uns allen das sagen. Okay, ja. Alles gut. Das muss er jetzt nicht in den Sertine ziehen. Nein, brauchst du nicht. Du... Du armer kleiner Kerl. Du armer Kerl. Hä? Bei uns bist du sicher. Bei uns bist du sicher. Mach dir keinen Kopf. Bei uns bist du sicher. Jaaaa! Eindlich! Ahaha! Ich hab schlaufe! Ich hab stromfeile Bude! Ich hab strumpfeile Bude! Strom frei! So stromfrei. Kyu musste Lucas für fast drei Stunden... Ganz ruhig. So so was würde ich dir nieder харieren. Ich hab ziel an. Das würde ich dir nie antun... und jetzt kann auch wieder in ein Jahr ich habe hier Bokum und hat nur ein Lieblingsdienst und auch so ja in die Katze nachdem die Katze weil ich kenne eine Katze aber so dass ich zu lustig aber er hat 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 er alles können wieder und zuhause und dann war das und ich habe aber Ich habe was anderes. Du bist ja richtig aufgedreht! Hier passiert nichts Böses. Wir sind schön. Böse! 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 Habe keine Angst. Sie. Ich habe keine Angst. Sie. Ich habe keine Angst. Sie haben keine Angst. Sie haben keine Angst. Auch das bei denen, damit wir einfach keine Zeit mehr verbringen. Ich habe einen richtigen Pikachu, der richtig lustig ist. Marco? Ey der arme Junge, wir sind alle hinten drin. Marco will ich... Bilder sich nicht mehr sehen. Wie hast du das mit den Ava-Tanets gemacht hier? Ich weiß es nicht. Der ist in der letzten Zeit so abweichend von mir. Oh Gott. Es lag. Mal wieder. Wolks. Ben hab ich einfach gefunden. Ich sag dir was. Du hast schon nichts mehr durchgekriegt. Wer hat das gemacht? Wolks, ich sag zu dir, wenn es dir schlecht geht, ich in die Arsch mit Online bin. Kannst du jederzeit zu mir kommen, auch wenn ich richtig scheißdauner bin. Wir haben es mal durchgeguckt. Ich hab das auch... Danke. What the fuck? Fuck. Und falls ich nicht online sein sollte und keine Lust hab, dann kannst du mir ja über Discord schreiben. Ich hab grad voll erschrocken. Ich hab grad voll erschrocken wegen meinem Hobby. Ich hab voll erschrocken. Ich hab voll erschrocken. Ich hab voll erschrocken. und dann bin ich zwar bei dir. Ich sag aber nix. Das kann bei mir auch passieren. Ich hab einfach die Idee. Okay. Ich bin ein Idee. Okay, danke. Bitte. Leidst du mir zu uns zum Mero, dann kommst? Ich komm gleich. Ich baue ihn erstmal ne Runde auf, weil ihm geht's richtig dreckig. Alles klar, mach das. Ich werd immer kurz meinen Avatar, das kann ich echt nicht sehen, wenn ich rede und laufe. Dann bin ich überall gegen. Mhm. Mhm. Ich hab zu Wolks auch ges- Lucky. Mhm. Mhm. Oder Sweetie. Ich hab zu Wolks gesagt, ich bin jederzeit für ihn da, auch wenn ich scheiß Laune hab. Du bist ein Hamster. Und weißt du, was mit mir ist? Wer ist das da hinten? Wenn ich scheiß Laune hab, dann können die Leute trotzdem zu mir kommen. Dann rede ich zwar manchmal ein bisschen schroff, aber man weiß ganz genau, dass man zu mir hinkommen kann. Ähm. Hallo, Picker Boy. Hallo, Marex. Aber ich würd erst mal mit ihm reden. Und erst mal vergewissern, was zum Sinn ist. Los ist. Was ist. Was ist. Ich hab schon mit ihm grade geschrieben. Mhm. Mhm. Hoffentlich blockiert er dich nicht. Oh, sei einer bei Käpt'r nicht. Mhm. Mhm. Hier ähm, Leute. Ich hab Arta mir bei Discord gemutet und gesplockt, weil ich brauch den nicht. Er muss echt mal dringend seine Pillen einnehmen. Dass er mal ein bisschen wieder runterkommt. Manchmal nervt mich das tierisch. Ich hab wieder im Haus einmal rauch. Wenn du probierst. Ich bin für dich da. 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 Ja. Ja. Ähm. Er hat im Moment Stress mit einem anderen Freund. Hm. Ja, das wissen sie schon. Das wissen die alle schon. Hm? Ja. Wie geht's? Ja? Gott. Ich hab meine Frage an dich. Boah, meine Controller lecken gerade. Ist jetzt wieder. Oder? Ja. Welche von welcher Mark hasten sie denn? Oculus. Oculus. Ja. Hab ich auch. Die spinnen gerne. Rift S. Die Gruppen hier. Die sind fast genau dasselbe. Die sind mehrfach runtergefallen als die Brille. Ähm. Ich hab mal kurz ne Frage an die Person, die mit den Oculus-Controlern gerade Magna hat. Ja. Wie soll ich dich nennen? Hm. Hm. Weil du hast echt einen sehr merkwürdigen Knayan. Ganz gut. Na auch. Boot. Oh, boah. Kommt jetzt? Bopala. Uh. Boah. Ah. Er braucht im Moment Liebe. Wolfs provision Liebe. Ja Weihnachten??? Johannes. Boopupupupupupup. Katzwige Bupe von uns. Ja. Ich hab diesen wird kennen. wird bleiben sie für mich für den spass der arme jungen sind überall an ihm rum was ihm geht's nicht gut weil so ein anderes freund der behandelt ihn wie dreck eine sache irgendwie sehr abweichend von mir wenn er dich wie dreck behandelt dann löschen und blockieren nach spitz und nehmen das ist meistens keine gute lösung das ist ja nicht aber er ist so abweichend von mir äh darf ich was sagen kurz du musst ihm das auf eine andere Haltung erklären du musst ihn fragen was mit ihnen los ist heutzutage äh ich hab ne idee äh weil die menschen sind immer mehr ich bezogen ja auch wenn ich mal sage mir geht's scheiße dann sag ich trotzdem komme ich trotzdem und sag es so gut wie es mir geht weil ich gerade ich sag mal wenn es leuten wenn es leuten nicht so gut geht dann geht es mir auch nah dann versuche ich auch die zu trösten weil weil für mich ist die freundschaft weniger als alles andere die freundschaft zählt dieser liegt nicht schon sehen haben wir noch keine antwort gekriegt wie ich dich nennen sein habe ich doch gesagt habe ich nicht verstanden mal als gerade geruckelt hat bei mir ganz schön ich sag sie jetzt in dein ohr rein noch mal ok der tim der tim der kommt immer von hin nun ähm leute alter mein kabel alter ich sehe da einen luftballon einen roten ne ich sehe da einen roten luftballon wenn ich da rangehe das ist ein wenn ich wieder weggehe ist er wieder da das ist ein speziell das ist das ist ein S das ist ein S das ist ein S äh Rex ein S au alter jetzt hab ich voll auf mein Pferd hergehauen der sieht so aus wie ein Aar oh ne schon wieder na gut ich kenne mich halt damit aus Ich mach das immer im Gorilla-Tag, im Gorilla-Tag passiert mir das immer. Hm, ich freu mich jetzt mal auf meinen Arrrrrr. Ich freu mich so tierisch drauf. Ich schau mal hier hinten bei meiner Pico, ist die richtig fest oder noch nicht so fest hier? Ja, perfekt sozusagen. Wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Aber eine Sache ist leider bei Pico scheiße. Du kannst leider nicht das Hinterteil abnehmen hier. Weil das Fest verbaut ist leider. Leider. Da wird jetzt aber ganz durchgeboobt. Leider. Das soll bald ein Mod geben, dass du es ausschrauben kannst. Du bist aber richtig durchgeboobt. Wir sind für dich da. Ganz ruhig. Meditiere! Meditiere! Versuche an was schönes zu denken, hier sind doch gute Leute. Weißt du was ich jetzt machen kann? Wenn manche ein bisschen hippelig sind wie Tim. Ja was? Das ist halt bei manchen Leuten so. Man muss wissen, wie er ist und wenn er andere Probleme hat und sich immer abweisend behandelt, dann soll er sich erklären. wenn er sich nicht erklären kann. Okay. Ja. Ja. Dann ist er ein Freund der zweiten Gespfe. Dann ist er ein Freund der zweiten Gespfe. Dann gibt er sich mit so einer fällt. Dann ist er ein bisschen drauf. Dann ist er eins minus. Ich überlege gerade ein Feuerzeug, zwei Feuerzeuge, drei Feuerzeuge, drei Feuerzeuge, drei Feuerzeuge. er machte die das ist ein das machen wir verstanden ich habe mich vor 1 7 2 es hat 2 8 ich habe Asthma ich darf nicht rauchen zum Beispiel das ist das scheiße ich nicht ich habe zum Glück kein Asthma he 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 aber weißt du ich bin schon ich bin schon ich bin schon das ist echt scheiße weißt du ein 12 ist dafür aber ich glaube ich bin ja auch glücklich drüber dass ich kein Asthma hab und Lucky ja aber das ist echt scheiße Lucky Wunsch war zu Hause aber er ist Lucky ist 19 und ich rauche schon seit ungefähr einem Jahr ein bis zwei Jahre warum darfst du erst jetzt rauchen wo dein Berg auch immer weg ist weil sie davon Kopfschmerzen kriegt ich mache das nur einmal und dann gehe ich immer wieder runter draußen nach draußen halt ein rauchen wir haben hier keine Terrasse wir haben nur ein Garagendach das Ding ist komplett alt ich weiß nicht ob mich das noch aushält das Problem man muss an die rankommen und den sollte man dann mit chirurgischer Präzision auch die sind immer noch weiter ey warum sagt mir keiner bescheuert hey wer ja eh das frage ich mich gerade auch warum das jetzt weitergemacht ich bin auch noch ach sooo nö mach weiter mach weiter mach weiter ich mach das ich bin auch noch ich bin auch noch ich bin auch noch hier ich bin auch noch eine Minute ich kann es auch machen ne ich kann es auch machen guck oh ne doch nicht jetzt gesperrt die jüngste genutzt wir liegen jetzt wir gehen ich bin ja auch noch einfach hüpfen nein soll ich sie zeigen Nein, du hübsst von hier, warte. Du hübsst von hier? Du nimmst hier, ne? Bist du hier drauf? Das röst es nicht? Mann, ey. Das geht nicht, aber mach mal wieder aus. Ne, der ist total verstopft. Der zieht nicht. Mach dritts. Ganz einfach hier. Schön, dass du. Mutter sagt ja immer, mit Benzin kriegst du jeden Flecken weg. Gib rein den Kram. Oh, da ist ja ein Luftballon. Oh, jetzt ist er weg. Oh, ich guck du. 1 plus 1. Alles klar. Ein Freund, ein Arbeitskollegier von mir ist immer noch auf der Arbeit. Wo ist hier ein roter Luftballon? Ihr kennt doch jetzt alle die FMS. Ja, beim Recht. Ich ahne jetzt schon, wie gemütlich das wird. Das bedeutet, er ist ein Kindermörder. Ich weiß, er klaut. Ja. Der Butterballon ist ein Zeichen für einen Kindermörder. Hä? Mhm. Wie machen wir das zu den Mördern? Oh, ja. Ey, Film, es geht los. Zeit für Wellness und Entspannung, ja. Jetzt laufen die auch noch. So schmeckt der Whisky doch gleich viel besser. Ich finde, es gibt nichts mehr. Ja, Whisky. Fake-Alkohol ist das. Fake-Alkohol. Ehh. 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 And Vim fliegt hier. Ja. Ehh. 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 agonist, es gamut was ganz lustiges. Das mögt sicherlich alle. Minecraft. Jetzt. Minecraft Monster School. Geil. Ja. Das mögen sicherlich alle. Es gibt keine Neuauflage. Nur noch mehr animiert ist. Weißt du was ich auch noch hier hab? Raum viel zu viel gegen... Telefond? Ok, hier ist überall eine Scheißwand dieser Welt. Es ist überall Collider. Ja, es ist überall Collider. Ja, es ist überall Collider. Hier. Wow, es ist überall Collider. Alter Scheiße. Hm? Was machst du? Du redest doch nicht. Ich muss hier weg. Das war eine selbstgebaute Waffe. Ok. Hier. Die hat hier Buttons. Und dann kommt das, was ich hier drauf drücke, den ich jetzt hier durch den Hund drücke. Hä? Was wird der eigentlich in den Hund? Oh, sie wird er in den Hund. Das ist ein Typ. Das ist ein Typ. Hii. Husky! Ich bin zufried. Ja, es geht. Ja. Warum ist das denn schon? Ja. Okay, dann muss ich denn da nicht. Jetzt setze ich mich erst mal hin. Ja, das hält doch gemein. Digga, Tim. Hast du das gehört, dass ich meinte, dass ich hab? Also, sicher, gucken, da ist gleich gefehlt. Er ist wieder da. Ich muss noch vergessen auszutauschen. Tim, hast du das gehört, was da bei mir in der Hand haben kann? Nee, nix. Stop vaving. God fucking damn it. Das ist keine Wave, das ist eine E-Dampfer. Windliquid. Ja, wer kann ich so genau wissen. Das ist... Stop smoking. Stop smoking, das shit kills. Wahrscheinlich will ich so groß, sondern blühten Dinger. Kann man die Uhr ausschalten? Oh, jetzt kommt das Uhr in das Skeleton. So schlau. Aber ich kann's nicht. Leise machen wir. Bläh. 82%. Ich muss jede Woche mal irgendwie so'n Scheißnet dabei haben, ey. Wurde meine Sachen direkt nicht verziehen. Huch. Okay, 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 ich hab noch... Machen wir mal wieder die anderen. Machen wir mal wieder die anderen an. Machen wir mal wieder die anderen an. Machen wir mal wieder die anderen an. Der gute, bausten Already. Der gute, alte Benzin. Ey, Lucky Boy, Lucky Boy! Ey, ich nehm Poe özlo. Was? Scheiß? Ich habs so verpackt zu sein. Ich möchte kalibrieren, der steht an in dieser Kooperation. Ja, dartsdziej, das setzt eigentlich schon mit dem Attern. Jetzt geh wir mal gleich priceig. Wahres drunk re fi� DA verast mich? Was? Digga. Wenn ich was anmache, ist das wieder nur von... Ach komm. Grüßte? Er ist ja auch ein Deutscher, wie ich ja gehört hab. Kriegt auch mal was von mir. Vom Essen... Keine Ahnung, kurz nach... Kurz nach... Keine Ahnung... Das war klar! Das war vom Pigland. Sieben Quadratmeter. Klar, dass die Toilette am Äste steht, ist vielleicht nicht... Was? Ich hasse diese Meens. Ich hasse diese Meens. Mach's doch. Du bist einfach so ganz krumm, es müsste vielleicht viel länger da sein, oder einfach so ganz kurz, wenn du nicht gekundet bist. Das liegt an der scheiß Welt. Normalerweise schießt das Ding weg, wenn Daniel jetzt gegen die Wand schlägt, kommt das schießt. Aber hier hat diese Welt die komplette Taille ist. In der Wand. Das ist so komisch. Das ist ne Scheiß. Sowas ist das echt scheiße. Für noch mehr Infos, Fotos, deine Kommentare... ... ... Sch... ... ... Ich bin zu, AFK, dass ich auf dem zweiten Monitor YouTube gucke. Ach, so. Wie lockst du denn eigentlich mit den Ottern? Der Dino ist fertig. Der Dino ist fertig. Der Dino ist fertig. Lucky sei nur noch nicht. Dann wird das Freitag fertig. Ja. Heute habe ich das gemacht. Heute war ich unterwegs. Morgen bin ich arbeiten. Ja, wenigstens die Textur schon fertig ist. Ja, der Dino ist komplett fertig. Der kann so hochgeladen werden, aber den kannst du halt nicht im Public verwenden. Ja, das weiß ich. Den kann man nicht sehen. Aber wie soll ich das machen? Ich weiß nicht, wie man das heitet oder warum überhaupt das heiten kann. Ja, das ist egal. Ich hatte irgendwelche Panik-Protekt. Aber wie soll ich mir den hochladen? Teddy. Das Freitag hieß es ja. Das Freitag hieß es ja. Für meinen späteren Tatum. Ich brauche dafür Unity. Ja. Namen? Magst du Monsters gut? Zwischen den 160 Leuten gehe ich ihn lang. Ich kann das machen, ich habe deinen Accountladen. Da sagt man schon mal ein... Ich kann das direkt auf deinen Account laden. Das kann ich auch machen. Dann hast du kein Unity Package. Ja, ich habe ihm ja das Passwort gegeben. Ich habe ihm ja direkt das Passwort gegeben. Der Name bei den Sachen. Ja, das steht auch. Das ist ja das gleiche. Ich kann ihm das auch aus deinem Account laden und Avatar. Das ist kein Problem auf Privat. Aber wie gesagt... Und dann aber auch... Das mit... Ich würde sagen... Ich würde sagen... Das muss ich mir dann noch überlegen. Ich meine... Okay, bei Sweetie, das kann ja noch... Ja, das musst du schon, sonst kann ich dir kein Avatar laden. Du kannst das Passwort einfach wieder ändern. Du kannst das Passwort ja dann auch zur Not ändern wieder. Ich gebe auch noch. Ich gebe auch noch... Ich kann ja Darkwing und euch das komplett... Ja, ich gebe keine Account Daten aus. Mach da ja. Ich kann euch ja... Du hast ja Lucky's, ne? Oder hast du nicht die Lucky's? Ich hab die Lucky's Account Daten, ja. Und wann könnt ihr die Lucky's? Ich speichere mir sowas nicht her. Den Lucky's den laden ich am Freitag hoch. Ich kann das so aufschreiben, dass ich das dann erkennen kann. Den könnt ihr nicht hochladen, der ist statisch. Und wenn du... Wenn du Teilkennstest, dann schreibe ich dir meine... Das ist auch nicht schlimm. Und dann dazu noch NSFW und dann halt... Mein Name, NSFW-Name. Schreib dir mal die, okay? Also NSFW Lucky Bond. Als Beispiel, würde ich sagen. Aber da muss auf jeden Fall das Wort NSFW drin stecken. Dass ich's weiß, aha, das ist der NSFW. Jetzt brauchst du mein Handy? Du willst jetzt da was erbauen, oder wie? Nein, ich mein jetzt den Otter, den Darkwing fertig gemacht hat. Otter? Fertig? Ach, den... Den... Ja, für ihn ein und für ihn. Mach es ein. NSFW. Ach so? Hm? Aber wo ist mein Handy? Hä? Aber ich will dich nicht eingefallen? Ich raff jetzt gerade rein. Er hat mir ja letztens die Bilder geschickt, ne? Die er... Wie er gemacht hat im VR-Chat, ne? Per WhatsApp hat er die mir dann geschickt. Junge. Das mit meinem roten Rexorium und dem Otter hat genau alles mit der Höhe gepasst. Und der ist halt auf einer so viel, ne? Ja, was macht ihr da? Was? Wir machen Sachen, machen. Oh, ich geb dir jetzt gleich mal die Schrapp. Wir machen Sachen, machen. Wenn Werds dann zur Not... Werds Fleisch dann ändern. Werds Fleisch dann ändern. Oh, ich mach mal schon mit dir. Auf hoffnung, dass das lädt. Oh, mein Gott, da. Und ich such jetzt gerade mal die Daten. No, no. Ich brauche den Stuhl. Pika? Bist du da? Imagine Bits. Bin da, ja. Alles gut, was... Warum leichten wir denn so? Zu viel Beans auf dem Handy? So was da... Du brauchst also weichst ein Hammerzahn, auch gut, dann brauche ich ja nicht mehr weiterzumachen. Hehehe. Doch, klar. Ich weiß nicht, ob man bei dem eine andere Linkversuchung machen kann. Wenn mir jetzt übertreibt dann nicht da hinten, bitte. Außer Kosten. Das leckt ein bisschen bei mir. Das kostet das eh ein bisschen, ne? Darum hab ich gesagt... Twinkly macht man nicht? Ich will das nicht sagen. Alles okay? Also... Twinkly macht Zeitkosten. Ja, das mach ich gerne Togelbagger, das NSSW, aber ich hab keinen Plan, wie das funktioniert. Ich glaub, wie es überhaupt bei dem Motor geht. Ich werd den dann eh nicht so Public auspacken, ich werd den halt nur Brigade auspacken. Na gut, dafür ist doch NSSF, den solltest doch... Dieses Teil ist so Public gar nicht auspacken. Ich werd auch einmal Togeln können, der geht's. Ja, ich werd Togeln können. Ja gut, trotzdem, wenn ich sowas nicht so... Leider geht das ja nicht. Doch, das ging ich schon, also ich hab... Ich hab im Auto auch einen NSSW-SW-SW-SW gebaut. Vielleicht sind wir da, auch einen anderen Handy-Akospeuter. Aber nicht... Also nur den Pforten, ne? Der ist auch komplett fertig, die ich da gebaut habe. Also nicht nachmachen, die Folgen. Ey, der Hammer, ich lieb's gar nicht. Den mit der Rainbow-Textur? So? Genau. So einen will ich auch machen, von der Textur her. Ja, ich... Wie feier die Emma noch, ne? Die zerstören einfach, alles ist komplett schlappig. Aber mir ist halt... Nee, ich hab komplett Full-DPS-fähigen Avatar, der... Weil Dix hat den... Oh, ja, ich hätt mich so Tiras gefreut, wenn die noch mehr machen, ne? Ja, der NFSW-SW-SW hat der erste auch, äh... Hat auch Penetration-System drauf. Das ist ja der gleiche, nur dass ich natürlich... Was haben wir nicht alles gemacht in der Zeit? Wir haben Dinge gespürt. Ja, das ist der... Ah, jo... Beste... Geil. Jetzt bin ich vor dir. Das find ich so geil, ey. Wo... Wo... Wo Sperma aus dem Haftel rauskommt. Ja... Das gab beim ersten damals auch der... Pappet mal. Ja, der Fleck ist leider... Das war eins meiner Lieblings-Ratter. Erstmal ein Foto machen. Genau. Ein Foto machen. Der hat das gleiche drauf. Der Flur brennt. 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 Oof. 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 Der Flur brennt. Oof. Der Flur brennt. Oof. Oof. Ich hab den wir. Der Flur brennt. Oof. Oof. Oder dass ich dir jetzt meine... Darf es hierzu... Euer... Also ich hab nur den Namen... Ehm, denn der... Ehm, den Accountname, mit dem du dich in den Vyacht. Inlobst. Also der, äh, auf Yacht-Shit Homepage. Okay, ich hab ihn ja umgenannt. Muss ich jetzt trotzdem den Alpen nehmen? Kannst du den Alpen nehmen? Okay, dann ist das Oreos. Ja, schreibt's im Discord, dann kann ich's rauskopieren. Brauch ich's denn schreiben. Aber Sweetie? Das ist der Name. Ja. Probier's mal, ich kann die auch gleich... Also, ich hab ja hier Darkwing auch auf WhatsApp und dann hat er mir die Bilder geschickt, die er ja gemacht hat, wie gesagt. Name ist drinne? Ja. Und da seh ich auch, wie ich da meine Rex da die Hand in den Arsch gesteckt hab. Das Ding hat sich so ein bisschen gedehnt. Ja, den hab ich auch, den Avatar. Wo Darkwing halt vor mir saß und eine richtig gute Pose gemacht hat und, äh, wo ich gelegen hab und auch noch eine Pose. Also, Rex und Otter. Also, ich hab ne kleine Frage, Laki, du schießt also auf weibliche NSF-V-Fraise? Und... Und... auch den Otter. Das ist ja männlich. Okay, hier ist ein komplett dran. Ich hab weibliche NSF-V-Fraise. Los, habt ihr jetzt noch mal ein Arm gesicht. Äh, die... Hört mal gucken. Äh, hast du, äh, hast du zwei Faktor-Authentification? Ich hab das noch... Boah, das ist ja mal ein kompletten Abgehig machen, weil Wim ist ja noch hier. Das geht, aber es ist ein Faktor-Authentification. Der Schauspieler-Authentification, ja. Ich kann uploaden. Boah, der hat hier unten auch was. Der hat auch so eine Audio-Lick. Yummy. Ja, mein Tatum-Bürger auch bei dem Farben. Oh, ich krieg jetzt schon wieder einen Harten. Für Ehre. Ja, ich krieg jetzt schon wieder einen Harten. Ja, ich krieg jetzt schon wieder einen Harten. Ja, du musst dann eh neu starten, weil das... Also, ich muss immer neu starten. Bei mir zeigt's den abgeloadenen Avatar erst noch einen Neustart an. Uuuuund... Der Avatar hat noch was anderes. Filmpflaster. Fragt mich nicht, warum. Alter... Alter... Damit kannst du ja richtig gut schwimmen. Da kann man ja richtig im Wasser rasen. Ich bin gleich gerade echt... Ja, ich muss mal echt mal überlegen... Das ist auch nur Spaß. Also, ich müsste mal echt überlegen, ob ich mir auch Flossen wieder besorge fürs Freibad und für das normale Schwimmen halt, ne? Dann rase ich aber richtig durchs Wasser. Geht doch jeder auf Kachs. Oh nein. Wenn du Blasen hast. Oh. Geht doch fast. Geh. 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 Das ist auch wirklich nice. Da war ich da nicht immer dort. Das Mist. Hat er auch DPS? Ja. Oh. Ich liebe dich erst. Oh. 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 Jetzt kommen wir alle Freunde. Jetzt kommen wir für beide. Jetzt kommt man sich wirklich... die Altvräume. Aber sie hat es gerade sich angezeigt. Also? Das ist ja so ein bisschen Horniboyle. wenn ich fragen darf bist du er oder bist du es wenn ich fragen darf mein erster Tier als Tier aber als Mensch ich bin ich bin also ich bin ich bin die Probe ich kann es doch ruhig als Diener Schimpfzeichen und hier wird ja auch ein Schimpfzeichen Boah der Rex Hilfe Boah alles gut kannst ja drinnen bleiben ich stelle mir das schon hier alles ein Ja, danke nochmal für die Voice-Zeichnung, sieht wirklich geil aus und ich bin zufrieden. Dieses Bild auf der Infinity, Poster, Poster, das macht schon Sinn, ne? Aber Swicky? Macht wirklich Sinn, ne? Ja? Wenn ich mal ehrlich sein darf, ich bin jetzt wirklich gerade, schon seit heute Morgen. Tja, das tut mir leid. Also, kann ich dir nicht helfen? Wir sind wirklich getrunen. Ja gut, ich hab ja auch ziemlich. Ja, ja, das ist klar. Oh, nicht einfach. Ja, das könnte man jetzt essen, ne? Hatte Hunger, Jungs? Bäh. Welche Welt? Wolks? Eine Hornhung. Ja? Ich hab Füße für dich, ich hab gestern Füße fotografiert, ich hab Füße für dich. Ich hab schöne Pfoten für dich, hab ich gestern fotografiert von einem guten Freund, mit meiner VR-Brille. Leumann, lernst du da was dazu? Leumann, jetzt kannst du restarten. Okay, bin gleich wieder da, Leute. Alles klar. Hey, was? Wofür wir starten? Also bei mir, wenn ich einen Avatar hochlade, werden die nicht angezeigt. Dann muss ich immer erst neu starten, wie er hat schon komplett. Hallo, süßer. Ich glaube eh, ne? Jetzt wieder mal zur Zeit einen Back von dir, ne? Ich werd mir bei den Zeichnetabwerk kaufen für 5 Euro. Mein Gummi-Jock, Alter. Oh, Alter, das Gummi-Jock-Tier. Bei Key-Way-Kleinanzeigen kostet das 5 Euro, das was Floppen hat. Also, jetzt bin ich's wieder. Das ist echt günstig. Du hast dicht gemalt in Freddy. Das ist cool. Ein teurer Preis war 20 Euro. Das ist, den du irgendwann gezeigt hast. Und, äh... Naja, der ist auch nicht fiesig. Weniger schlimm. Hm, aber ich muss jetzt mit Kirschbein. Du siehst süß aus, Picaboy. Du siehst süß aus, muss ich sagen. In dem Avi hatte ich... Ja, das kann ich auch fliehen. Jetzt machen wir mal einen Tee. ganja weg! Nein, sicher den zuvor, der ist schon shutig. Es wird wieder abgebildet, und er ist getrashed. M case, buch, aber es wird new start. Anywayован, давёрigo ein leuk start. ja, warte, ich hab den und ich hab den mhm boah, der blitzt und am Spiegel wird wieder um ähh um Abis gehandelt und äh ich hab dich 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 ich hab mich tierisch drauf freuen richtig tierisch wir müssen halt warten bis Wim dann halt ähh dann essen ist aber wir müssen halt mal aufpassen dass Wim pünktlich das Essen geht ne nicht so wie das letzte Mal da warst du wirklich ziemlich spät dran ja, dass du pünktlich das machst ne mit dem Essen auch dann direkt oder ich mach halt früher vielleicht mach ich auch früher weil ähh du warst letztens ganz schön zu spät mit dem Essen und dann machst du den hier ja, weil das anders war, weil gestern war das mit dem Essen scheißegal, heute wir haben nämlich 17.30 Uhr ja, weiß ich ähh ähh das ist das beste ja hm 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 Ich hab bei mir Textings aus, die Chatbox Ich hab OVR Toolkit bei mir an Und eine Sache ist blöd, dann wird das immer wieder aktiviert Das ist die Scheiße leider Ich spiel das wie nicht So, kann man die da unten, dass die raufziehen? Boah, das Geräusch, Alter Ja Ich kann es nur aufmachen Geil, Hölz, Hölz Garten die eingeblasen Ja, hat mal auf irgendwelche Linke da reinzuknallen Hier, die Pumpe Wir blasen mal Da unten ist das Du musst da blasen Lucky, das ist das von der... Ich bin richtig fauling jetzt gerade durch das eine Bereich, was ich da gerade gehört hab Hm? Ein AWO ist hier Ein AWO? Der war nichts sagt Ein leiser AWO Na, das war jetzt wieder Ja, guten Morgen, Abo Wie geht's dir denn heute einen schönen Tag gehabt? Wie geht's dir denn? Wie geht's dir denn? Das ist das einzige Riss Das ist... Dich, hier ... Ich hab´s gefunden Ich hab´s gefunden Ich hab´s gefunden Ich kann denn komplett offenbart Ich werde lieber in Area69 Geil Ich brauch doch drinnen eine Runde. Schau mal nicht. Ich kann ja gleich wachen. Nichts zu. Keiner. Obwohl der Boix-Settler ist nie. Und die Erstrache hat. Das ist 4. Ja, da wurde der eine zur Trüte. Achso. Das ist einiges. Ich mach mal kurz meine rechts. Ja, dann kann man das sehen, was wir machen. Ja, dann kann man das sehen, was wir machen. War ich so schön? Mach nochmal die Position, die du eben gemacht hast. Musst du aber zu mir drehen. Ich hoffe nicht. Nein! Nein! Hast du, hast du dieses Feuer angeschaltet? Ja? Sehr komische Fragen. Weiß ich nicht warum die Tür war. Nein, nein. Es ist viel cooler. Es ist viel cooler an sich für Maschinen, irgendwelche Stellen reinzulegen, die anzuschmeißen. Ja, da muss ich Sweet mal fragen, ob der da auch so weit irgendwas hat. Das war mal diese eine Position, die du eben hattest. Das waren zwei Positionen. Den finde ich ganz nice. Wir haben die Position, die mit dem BB-Go-Go-Go gemacht hast. Möglich. Oh Gott, das ist ein Blowtrap. Das ist ein Blowtrap. Das ist sicher. Blowtrap war die andere. Du hast ja denselben Avatar, ne? Ach, ha! Nur halt vom Problem, dass teilweise die Zunge draußen ist. Nein. Was kann das mit der Flächen? Ich habe aber auch die Zunge gewonnen. Das war mal die andere. Äh, wo du... Wir müssen leicht stehen. Also du meinst, äh, bei Rigid. Hallo. Hallo. Na, wie? Jetzt musst du ein bisschen zurückbewegen. Nein, die Bronnen. Was machst du denn hier? Ganz alleine. Guck mir das an. Ja, guck mal. Muss mal gucken. Mir gefällt. Versuch. Versuch. Und ich kann nicht rüber gehen, weil die haben da gerade ein NSFW-Avatar. Und ich bin noch live auf YouTube. Und wenn ich das zeigen will, könnte ich eventuell einen Strike bekommen. Und deswegen bin ich hier erstmal. Du bist live auf YouTube? Ja. Jetzt. Ja, schon länger. Da steht drauf, 71 Minuten steht hier schon. Aber... Ich bin... Ich bin auf zwei Portalen live. Auf Twitch nicht mehr. Twitch ist tot. Mein Twitch-Profil ist tot. Mhm. Hey, soll ich dich rausschmeißen? Soll ich dich rausschmeißen? Und warum? Also warum ist denn... Warum? Das ist normal. Du schaffst aber richtig. Die Textur war nicht so da. Warte, warte mal. Ja, wie hast du denn gemacht? Warte, warte, warte. Ich hab mich schon. Abgeliked. Danke! Danke! Danke schön! Süßer! Wichtig und wichtig! Hallo! 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 Bei mir im Hallo! Gott! Ich lese ihm in eine baterieche Zeit… Going Might, Ja, ich hab ihn aber mal rausgeschlossen. Ich hab ihn mal rausgeschlossen. Der ist generell so. Ich hab ihn mal rausgeschlossen. Ja, und dann tatsächlich hab ich ihn mal rausgeschlossen, weil der mir einfach zu sehr rumbrüllt. Und der, ich hab bei ihm auch das Gefühl. Sie alle reden schon nicht ruhig. Und er muss ja laut rumbrüllen. Jedes Mal, wenn er reinkommt, ist das so. Da hat die Gokko nur vom Muscheln. Ich hab ihn ja hier und jetzt überarbeiten. Ja, das ist in der Gokko, du kannst das schneller machen. Deswegen hab ich ihn rausgeschmissen, weil ich einfach keine Lust hatte. Ganz langsam. Soll das hier. Kannst du auch schneller machen. Langsam machen. So wie das hier. Und ganz langsam. Der ist für jetzt so lange, bis die Lobby hier geschlossen ist. Wo deine neue Lobby geöffnet wurde. Ähm, nein. Der ist bloß eine Stunde weg. Geht er nicht weg? Haben wir noch das hier? Ich schreie jetzt. Wenn ich schneller gehe, geht auch die Musik schneller. Ich schreie jetzt, okay. Ich schreie jetzt. Würdest du mir nicht, wenn ich schreie? Das würde ich auch gern. Hallo, hallo. Würdest du mich? Ja, das würde ich auch nehmen. Hallo. Wo ist mein Lichtschalter? Ja. Würdest du mich, würdest du mich ehm... Geht! Ähm, wir sind weg und gefreut. Ihr habt doch alles tief durch. Halt mal. Das ist alles ziemlich laut. Wart mal. Ich muss mal kurz sein. Würdest du? Ja. dann holen wir noch das nein also wenn du es nicht zu dolle machst dann ist das ja noch in Ordnung aber wenn es wirklich zu lange dauert mit ihm laut schreien wie vorhin auch diese Beleidigungen Geschichten guck mal verantwortet ja aber trotzdem das will ich ihn nicht in meiner Welt haben das will ich echt nicht in meiner Welt haben ja gerne gerne das ist ein Breakdance loll das ist eine Art ja ups ok jetzt ist verbacken warte warte ja das ist eine Art Breakdance was der da macht los heißt den mega 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 ja lass die wollen nicht später noch boah ne wir machen wir den Käse ich geh dann in den Autor das ist so creepy ich geh dann in den Autor und ich müsste gucken welcher Avatar sich so hinlegen kann dann passt das an oder so ich glaube ich möchte mal testen ich hole noch von meinem Autor raus und lass hallo na klar ich muss eine Kamera abführen scheiße du läufst die ganze Zeit weg du läufst die ganze Zeit weg du musst mal stehen bleiben ich hab Spaß gehabt du läufst die ganze Zeit weg du läufst die ganze Zeit weg boah und äh äh der wird so gerade mit der Cam hier da muss der Heisele Sade ich freue mich kein Wett davon sag mal ne Nummer zwischen 1 und 181 181 wenn man so schön ist nein doch weiter der reichn ist da gerade voll geplatzt ohr normal das passiert wenn du überdruck auf den Reifen machst ja gerade gewählt und tot ohne wägt sich mit der Hand dann sag mal ne Nummer hier ist eine bliebe Nummer 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 zwischen 1 und 181 mhm 181 alle er hat in der Riesenreise und Eklund Kreativ dann okay warte er warte das ist ein bisschen was zwischen 1 und 100 1 und muss man so suchen nur 1 und 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 2 von einer Emilie Nrl zwischen und in der Hand die haben und bei der Bautorat über das begraut 156 und 156 Ok, ich hab und bin ich ein bisschen eklat, aber ist ja normal, wenn ich eine Entschulde Meine Damen und Herren, heute ist das Ja, meine Funklieder äh, Kotel, Septi Ich bin ein Sacker-Grupp-Bau-Hin Die 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 das macht man sich mit dem anrufen und das heißt ich schlaue äh da es kann sich gleich weiter und dann noch das ist der NFC zu gestürzt werden und sicher nicht mehr da habe ich auch gehört endgültig so viele toxische leute haben fairy beleidigungen gemacht das war für mich zu viel da habe ich aufgehört da hatte ich von irgendeinem streamer ein paar toxische leute bei mir drin die haben ja auch noch gefolgt und ihnen hat die habe ich dann ent alles klar alles klar viel spaß noch und hängen bitte deine vr headset an strom jetzt mal du weißt bestimmt auch die quest oder irgendeine andere ich habe auch eine die ist so ähnlich wie die quest aber leider ohne klinke was ist das ohne kopfhöreranschluss leider nur usbc ausschließen ja ok ich habe auch keine kopfhörer so verraten brauche ich nicht gut jetzt kann ich wieder machen wie gesagt leute nichts übertreiben es reicht für das was ich mache für bia und nebenbei noch musikern reicht es ich habe eine ganze wundung durch die gegner oder was und weißt du was ich habe bei bei twitch das bei mir steht bei twitch das stimmt dass ich aufgehört habe mit dem stream das steht da drin auf englisch damit leute die auf meinen kanal kommen bescheid wissen dass ich da aufgehört habe dafür mache ich jetzt auf youtube und auf trovo trovo ist so eine plattform die die auch nicht so bekannt ist die kommt aus china aber die hatten sitzen in den usa ich habe die drei oberen basseiten kompletter stahl ersetzt ich muss gucken ob sie noch gestalt sind oh shit ich bin zu müde wie immer und was ich bin wie anscheid mit absicht verlinkt habe ist mein youtube trovo und twitter habe ich bei mir verlinkt mein twitter habe ich bei mir auch noch verlinkt weil ich bock hatte dazu ich hab da nun mein playlist von von und verlinkt ahja weil zu gut ist oh wie kann man mich von gestern hm ja ich 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 noch mal meine Entschuldigung, das war meine Mutter. Super, 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 Thomas. Nur dann, wenn du mir sagst, dass du kein Crasher bist, dann ja. Ich denke... Oh, fuck, Christ. I hate it when people mess with my ears. Leute, hier ist wieder ein... Leute, und lucky, hier ist noch ein süßer Otter drin. Oh, ne. Mach mal, jetzt wird's geil, jetzt wird's geil, jetzt wird's geil. Weil mein Mikro ist so richtig schön empfindlich. Oh, jemand hat mein Stuhl gefunden. Oh, das Volk ist immer noch hier, oder ist er abgestürzt? Warte, ja, kurz. Oh, ich mache... Ich hole einfach mal mein Wasser raus. Du kannst dich auf meine Hand setzen. Oh, ja. Ne, das kann... Doch, man ist eigentlich schon ein Stuhl. Oh, wir sind gut hier. Einmal im Kreis drehen. Einmal im Kreis drehen. Was? Da drin, Leute, ich habe eine Gitarren hier. Klack, 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 klack. Jetzt musst du ja ein bisschen auf Spannung ziehen, ja. Ich habe einen Hut, ein Otterhut. Ich bin lauter, ich bin wirklich lauter hier. Was ist denn noch da wegen meiner Hand? Da ging noch meine andere Hand. Ich kriege mich auf meine Hand. Geil, 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 geil. Große jawohl. Und Sie haben sie ja gehen hier wieder an zu spacken. Du müssen es umstellen, irgendwie. Du musst etwas umstellen bei deinem Avatar, das man die Hit-Boxen vielleicht ein bisschen... Das ist vielleicht nicht so. Ups. Alter, wie weit bist du da oben? Äh, Sweetie? Hi. Hi. Nö, 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 nö. Volk ist jetzt da ganz hinten, Digga. Wie ist er da hinten? Hallo? Ist der hier? Nee. Wo bist du denn? Du bist direkt drüber meinem Kopf. Der ist da hinten. Volk? Ehrlich? Der ist hier hinten, wo ich stehe. Na. Hier ist er. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Hier ist er, hier ist er. Hier vorne ist er. Ich seh sein Po. Ich seh hier, ich seh hier. Wo ich's Po. Ich seh hier. Da vorne ist er für dich. Da vorne ist er da. Der ist bei mir auf dem Kopf. Wie gesagt. Alter, geil. Guck, ich kann auch sein Tail in and Tail bewegen hier. Siehst du? Wie soll ich mich sein Tail in and Tail bewegen? Hallo? Hallo? Ich hab ne Idee, was ich mit holode. Ich hab ne Idee, was ich mit holode. Scheiße. Ich hab ne Idee, was ich mit holode. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee, was ich mit holode. Ich hab ne Idee, was ich mit holode. Ja. Ihr habt diese Gitarre jetzt schon fast 2-3 Jahre, oder länger. Ich hätte bei mir einfach noch auf dem Kopf nicht. Okay, you're empty, Furry. Okay, you're empty, Furry. Okay, you're bent. Bye-bye. Okay. Was? I am empty, Furry, hat einer geschrieben, hab ich gesagt, bye-bye, you're bent. Oh. Ich hab einen gebannt. Der ist weg, ne? Ja, der ist gebannt. Der kann auch nichts mehr in die Kommentare schreiben. Da war einer, der hat geschrieben, der ist ein empty, Furry. Nein, auf YouTube, mein Chat. Den hab ich gebannt, eben. Man weiß, wie ist es da oben. Boah, der kommt wieder. Und ich kann, wir können deinen Po sehen. Man kann wunderbar deinen Po sehen. Ich hab auch meinen Otter vom Rex gesehen. Ja, ich bin ja auch schon sehr gespannt. Ja, ich muss ein bisschen langsam mit Unity machen, sonst hab ich irgendwann keine Lust mehr drauf, wenn ich das wieder zu viel mach. Ich glaub, mein Möbel davon nicht mal angefangen hab, wenn ich mein Möbel davon auch nicht mal angefangen hab. Ja, das ist bei dir im Stream Ausdrücke und sowas, aber ich sag's selber toll, das Arschweig, blaa! Ich weiß immer noch nicht genau, wo du bist, Freund. Auf YouTube, oder was meinst du? Ja, das heißt auf Deutsch bei mir, die kriegen bei mir einen Bann. Das bedeutet der Spruch, die kriegen einen Bann. Da hat gerade wieder einer von... Der heißt, äh, Steph. Oder so ähnlich. Ich weiß nicht. Der wurde gebannt. Der wurde gebannt. Wer bei mir scheiße schreibt, der wird gebannt. Da bin ich wieder. Boys, es wurde schon wieder... Ich hab wieder einen bei mir gebannt. Okay. Der hat geschrieben, I am Anti-Furry. I am Anti-Furry, hat er geschrieben. Weißt du, jetzt hab ich ihn dafür gebannt. Okay, bis gleich. Okay, Wim, bis gleich. Ja! Okay, Explo... Ah, scheiße. Ich muss grad... Sei Nomad! Das hat gehalten! Ich hab schon mal einen anderen Kopfhörer, die haben den besten Pass. Zwar klein, aber die haben irgendwie... Integrierte Membran. Membran... Hm... Stopp, hast du sie nicht durchbrennen! Rechne, ich jetzt mal einen Scale-Falt nachher. Oh, Gott. Okay. die Dinger sind die Dinger sind so laut es wird sogar das Mikrofon auf und ruf mich an die Mark ist das nicht das war auch nicht noch ich bin ich wieder ja was ist für Geräusche eigentlich ein Otter? ich bin wirklich froh, dass ich denjenigen gebannt habe, weil der hat Anti-Furry geschrieben geschrieben er ist halt Anti-Furry wo ist das Sweetie Klein? ich mach Sweetie Klein oh der tritt auch nicht ja Alexa was für Geräusche machen Otter? hör ja gar nichts ich hab nichts gehört du spurgelst dich, Alexa ja das machen Otter, Otter machen Vogelgeräusche, die quietschen warte, 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 warte äh äh äh, der bellt rrrr können die bellen? aha denn ich hab ne Vogelgezwitscher, Wassergeräusche und halt ein bisschen wuff wuff gehört ich weiß nicht, dass Otter bellen können talk dirty to me das ist ein bisschen bellen kann Otter-Geräusche Alexa hat gesagt, der... Otter-Geräusche Alexa! Aus! Keine Ahnung Oh Gott! Wenn die Lautsprecher einfach schon so verstaubt sind, das war... Jetzt mal schauen Ähh Normalerweise konnte ich auf jeden Fall nicht Nee Nee Hat schon Wim geantwortet? Merlin ist drüben bei Dave Na... Alleine... Ich selber habe ich vertreten Wieder mal Ja, diesmal aber auch endgültig Das funktioniert Problem aus Wenn man Flecken hat, die sind jetzt weg Ja... Bleche und zwar komplett Ja... Und in Zukunft nicht auch Ich weiß aber was necke Ja... Ich guck gerade nach hier Von wegen Otter und so Ich guck gerade hier nach Keine Ahnung was so ein Otter-Geräusch macht Fels glaube ich Ich weiß nicht Oder quietsch Ich weiß gar nicht Egal Woiks Warte mal Ja... Ich habe hier jetzt ein Video gefunden Ja... Ich hab hier jetzt ein Video gefunden Okay... Ich hab hier zum Fernseher bitte Meine Ohren Ja... Was denn? Ja... 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 Ich hab hier Ich hab hier sogar Wo ich da ganz oben war Habe ich das von ganz kurz alles gehört Riesengroße Bildchen Ja... Bei mir läuft noch nicht nachmachen Ich hab hier Bei mir läuft doch nicht... Ach jetzt ist es wegsicht die 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 Ihr könnt wegsehen, wegschnellt sie einfach. Das ging, ich schau mal hier. Ja, Caro, dann hat er. Ja, ich kenn die auch. Bitte, ja doch. Hm. Ich geh nie. Ich geh nie. Ich geh nie. Ich geh nie. Was? Keine Größe. Okay, wer will sich jetzt auch ein Otter zulegen? Oh, so süß. Scheiße. Warum eigentlich? Das heißt, deutsches Gesetz ist scheiße. Der Fuchs ist ja bestimmt auch nicht. Ich denk mal auch nicht. Oder? Na gut, man kann sich vielleicht für einen Fuchs oder Otter vielleicht eine Gedämmigung holen. Wer weiß. Ich bin auch da. Oh. Herzlich willkommen. Du bist herzlich willkommen. Ich begrüße dich. So. Schon viel besser. Das Bär schmelzt. Der Bär schmilzt gerade auch irgendwie weg. Wo bist du hin, weiß? Da. Oh Gott. Oh, Gott. Ich bin vor dem Mirror? Ja! Ich bin vor dem Mirror. Bei mir bin ich vor. Bei mir bist du hinter dem Mirror. Erstmal Otter Arseneer machen. Fim, hörst du das? Ich bin halt im. Ja. Irgendwie einfach nur Kino Fisch. Und die hört sich jetzt viel besser an. Nicht mehr so verzerrt. Wenn du mal die Gitarre spielen kannst. Vox! Warum packst du dein Futter ins Wasser? Warum packst du dein Futter ins Wasser? Ich weiß, ich kann. Wenn ich jetzt nicht so trocken ist. Wenn ich nicht so trocken habe, Vox, Heißt du noch ein Futter ins Wasser? Ich weiß nicht, nur ich bin. Das ist 18 Uhr und 5 Minuten. Und es ist 18 Uhr und 5 Minuten. Der letzte der Klasse. Das ist ein Buhl, ein Buhl, ein Buhl, ein Buhl, ein Buhl, ein Buhl, ein Buhl. Alter! Hahahaha! Boix, hast du das gehört? Was denn? Mit Darkwings-Ansage! Ja! Vielleicht wie ein Handy! Jetzt wissen wir, glaube ich, die Ottergeräusche machen, die Bietchen einfach und... Man muss bald so oder so mal die eine Gitarrenseite da mal austauschen. Boix, hast du die Ottergeräusche? Hahahaha! Ja, und da kommt so... Äh! Äh! Ja? Was? Ja! Was? Ok! Ja, das vermisst, zwei Otter als Haus hier. Frag mich, was Darkwing gerade denkt. Hier! Das hier, Volks! Hier! Das hier, Volks! Boah, Leute! Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange die Gitarre mal benutzt. Ich glaube, zwei Jahre schon. Zwei, drei Jahre. Habe ich die Gitarre nicht mehr genutzt. Aber ich wusste nicht, dass du Gitarre spielen kannst, Lucky. Ja. Wusste ich gar nicht. Ich habe hier noch einen Ordner mit Liedern, die ich zupfen kann. Die ich nachzupfen kann. Können wir ja gleich mal machen. Also... Kannst ja vielleicht mal was spielen. Na, alles gut. Ich habe mir jetzt eine App heruntergeladen, dass ich meine Gitarre stimmen kann. Volks! Ja? Dein, äh... Alter! Digga, wie sie das einfach nur anhört, ne? Bruder! Das macht mich so süß! Also die, äh... machen den Sound und die Lautsprecher an der Seite geben das direkt ab. Aber verzerrt. Ja, alles gut. Aber verzerrt. Aber verzerrt. Ja, das ist so ein geiles Mikro. Und vor allem, wir können dann gleich eine gute Runde machen, wenn du Lust hast. Aber gleich machen. So, Leute. Ich sage euch nochmal Danke fürs Zuschauen. Und jetzt mach ich schonmal aus. Und jetzt mach ich schonmal aus. Tschüss Leute und derjenige, der gebannt ist. Ich wünsche dir noch viel Spaß in der Hölle. Denn du hast jetzt... Bist jetzt nicht...